Oh, Motorrad. Oh, ich swam bei dir. Ha, da wollte jemand aufsteigen. Fuck off! Da ist ein Gegner. Was? Alter! Ich sterbe gleich! Ich will ihn aber töten. Es sei denn, er ist noch nicht tot. Ah ne, er lebt noch. Oh, jetzt ist er tot! Tragisch. Tragisch! Er schütte einen Panzer. Wo? Achso, du fährst ja noch irgendwo. Warum? Ja, voll in die Claymo reingerast. Jetzt hat der unsere... Hey, ich will doch noch einmal die Flagge haben. Kacke. Ist denn du? Ich bin in unserer Base und verteidige sie vor Schmarotzern. Schmarotzer. Oh, diese Sonne. Oh, mir brennt gleich. Mein Auge verbrennt. Ah! Das ist Augenhade. Das ist Augenhade. Das ist Augenhade. Kann nicht mehr. So. Komm, ich lasse mein Team arbeiten, während ich hier daffe. Und nix tu. Oh, da hinten kommt wieder ein Kamil. Oh, schon wieder an den Mini reingefahren. Da kommt wieder so ein intelligenter Bursche angefahren. Oh, der hat ihn getötet mit der Javelin. Tragisch. Tragisch. Ah, kommt noch einer. Lern die aus deren Missentaten überhaupt? Also nicht. Ich glaube eher nicht. Ahem. Der denkt sich jetzt so, ja, ich bin Genius, ja, keiner sieht mich. Aber ich töte ihn nur. Oh, nicht du, breckiger. Pelemon. Ups. Da ist ja ein Gerät, das man Apparat nennt. Ein Gerät, das man Apparat nennt. Logisch. Ah, leckerig. Scheiß Clemos. Ah, das Ding ist, was explodiert. So. Wie läuft's denn da vorne an der Front? Christ. Ich habe nicht. Hätte ich hier ein Motorrad, würde ich ja hinfallen. Aber hier steht so leider gar keins. Da kann ich auch hier hin. Na, ich glaube ich. Na. Schieß denn hier auf die Minen, Alter. Na. 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 Ah, da ist ein Panzer. Und ein paar Schmarotzer. Schmarotzer. So. Und die Lage ist wieder ruhig. Langweilig. Langweilig. Wo bist du? Ja. Oh, krall. Marie. Hast du da bist, ne? Ja. Ich wollte mir ja gerade ein Motorrad nehmen, weil leider wurde sie wieder weggerissen. Tragisch nicht, wa? Komm, team. Mach mal was. Ey, komm, überhaupt nix. Ah. Machst du es wieder zu Fuß denn die ganze Aktion? Ich warte noch auf dem Motorrad. Ich höre das zu fahren haben. Ich muss eigentlich keine mehr. Sind die alle benutzt? Benutzt. Benutzt. Verschmerzt. Und Motorrad angebracht. Oh, geil, Motorrad. Dann kann ich endlich ausfahren. Dann habe ich endlich noch was zu fahren. Ey, das ist ein Motorrad. Weiß sie. Wo, wo, wo. Na, langweilig. Ich dachte, der kommt hier angefahren. Dann könnte ich mit die Pfaden. Na, meine Minen. Sie haben ihre Tat erfüllt. Da wollte irgendeiner Sneaky hin und kriechen. Und dann hat die Gerechtigkeit zugeschlagen. Sieht ein Panzer, da steht ein scheiß Panzer. Boah. Minen. Minen. Leck. Leck. War der nicht irgend so ein böser Bube? Nein. Wo? Explosiv. Hochexplosiv. Nein, nicht irgendwas. Ja, wollte er mich. Da kriegt er mich nicht. Da kriegt er mich nicht. Nein. Nein, nein, nicht auf mich. Ey, die munter scheiß Flagge. Die? Nein. Das glaube ich mal eher weniger, dass sie sie haben. Sie versuchen es vergeben wirklich. Wir sind einfach zu inkompetent dafür. Nein. Nein. You're kidding me. Wieso haben die denn zwei Panzer? Nein. Die haben unseren geklaut. Ganz eindeutig. Ich seh schon. Oh, das war Kappe. Jetzt habe ich... Ja. Hm. Also, hier in der Base zu chillen, lohnt sich. Ja. Mir hat jeder scheiß Motorrad geklaut. Wo bist du nochmal? Achso, da kommt wieder einer angefahren, ey. Genau deswegen bleibe ich hier. Also... Ja, ich konnte nicht durch die Leiche schießen. Oh, ist das schlecht. Ach, naja. Da bin ich mal gestorben. Was, da kommt jemand? Da oben ist einer. Bist du blöd? Hast du den da oben nicht gesehen? Ja. Ja. Ja, warst du nicht aufgeschossen? Weil ich behinderte. Ah ja, okay. Okay, sorry. Ich habe es vergessen. Tja. Ich glaube, vielleicht kommt ein Panzer von denen. Oder... Da oben ist jedenfalls irgendwas los. Da ist ein Panzer. Was ist hier los? Ach. Viel durch Artemis. Da ist er geplatzt. Oh, da kommt Panzer. Von links. Da kommt ein Helikopter. Von oben. Oh, wie viele Minen, der hier gleich platt machen wird, ne, der Panzer. Da liegen mindestens 30. Mhm. Da kommt. Oh, da. Oh, so viele Minen, what the fuck. Da kommt ein Panzer. Da kommt ein Panzer. Da kommt ein Panzer. Wo ist er? Da kommt ein Motorrad von rechts. Rechts? Ah ja, sehe ich. Ah, da kommt sogar ein Auto. Wo ist er? WTF? Ah, ist das schlecht. Ey, ich probiere das Auto von dir. Oder auch nicht. Hast du Reparaturwerkzeug? Ich? Äh, ne, ich habe Minen. Da kann man mit nicht was reparieren, mit Minen. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn eine Mine hier eine komplette Kettenreaktion auszunäht. Da inkludiert er ja komplett die. Oder so. Die platzt er ja alles auseinander. Wo kommen die alle her? Fuck. Kann man das so vorstellen, wenn ihr einfach aus dem Nichts erscheiden und sterben? So sie auch. Ja. Und eine Flagge kriegen wir auch nicht. Also so eine Flagge zu kriegen, kriegen wir auch nicht so drauf. Was? Das sind voll viele der Typen mit dem Fallschirm. Oh ja. Oh, da hat jemand den kompletten... Er nimmt nur unseren Heli. Das gibt's ja gar nicht. Der ist nicht tot? Oder? Ja, genau. Ich mach die Fahrzeuge nur behindert, aber... Aber nicht komplett tot. Nein, fahr nicht black. Oh, jetzt fahr... Oh, jetzt fahr... Oh, das ist ein scheiß Idiot. Kann heulen. Wir haben das jetzt gebracht. Oh man, die versuchen mit jedem Mittel irgendwas zu erreichen. Das muss man hinlassen. Die versuchen etwas. Ich weiß nicht, was unser Team macht, aber jedenfalls deftes. Hm, der fährt weg. Oh, von rechts kommt gleich was angefangen. Hammer trot... Nee, Hammer trotter. Ey, ich krieg nur Hitmarker mit diesen scheiß Raketen. Das ist doch behindert. Ha, der ist tot. Oh mein Gott. Oh man, der Panzer... Der Panzer muss weg. Ja, da fährt ein Panzer lang. Die haben echt zwei. Wie, die haben zwei? Ja, da einer und hinten mal den. Der Base ist noch einer. Boah, ist das verarscht. Der Schieß! Ich versuche mich da zu treffen. Hm. Hm. Wie heißt es irgendwie so ein reines Base-Camp für gerade? Und warten, bis irgendwelche dummen Affen ankommen und meine Minen auslösen mir in Kühl geben. Danke! Ich versuche! Ob ein Panzer anfreund. Oh, leck mich doch. Kamila, so ein... Oberschlaumeier und du mich töten? Ja! Aber nein, nein, nein. Mich stört das nix. So einfach. Ja. Jei. Ha, der ist sehr cool angekommen. Niemand hat Mine. Oh, unser Team schafft es vielleicht gleich eine... Flagge zu bekommen. Aber in einer Minute ist es eh vorbei. Das heißt, er muss Gas geben. Ohhhh. Was? Von wo? Von links. Achso. Ah, da! Oh. Ah, ich hab keine Munition mehr. Ich hab keine Munition mehr. Das sind aber... Genüssliche Camper. Irgendwie in so einer garstigen Ecke. Oh, wie da? Hm. Na, ne, jetzt haben die, glaube ich, schon getötet. Was? Banane? Okay. Ah, ich loch nochmal hier. Wie lange noch? 30 Sekunden. Kann ich hier noch... Eben hier noch... Da kommt ein Geek an. Ah. Da ist der Panzer. Und Le Lac. Und gewonnen. Ja, weil... Haben wir gewonnen oder verloren? Gewonnen. Na, gewonnen. Warum haben wir gewonnen jetzt eigentlich noch? Weiß ich nicht. Mehr kills. Ah, ja, ich glaub mehr kills oder so. Dürfte schon passen. Ich glaub, das ist einer der größten Probleme bei Capture Flag. Dieses Gekamper. Hm. Das heißt, Team. Man will ja selber nie was machen. Man lässt das Team die Sachen machen. Ja. Ich hab mir eine Aufgabe gegeben. Und zwar Base Verteidigung. Und das haben wir ja erfolgreich erfüllt. Base Camping. Ja, das war unsere Aufgabe. Aber... Das ist vollkommen Legitim.